Schneier und Davina Geis durchlebten einen Albtraum, ein Einbruch ereignete sich in ihrem Zuhause. Jetzt richtet Schneier Anschuldigungen gegen ihren Vater Robert. Sehntropé, diesen Moment werden Schneier Geis und ihre große Schwester Davina so schnell nicht vergessen. Sie wollten ihren sturmfreien Abend genießen, doch bei der berühmten Familie wurde eingebrochen. Wenn es nach Schneier geht, ist ihr Papa Robert nicht ganz unbeteiligt an diesem Vorfall. Robert Geis macht Schneier-Vorwürfe, doch sie schießt zurück. Während ihre Eltern, Robert und Carmen Geis, in ein Restaurant gingen, blieben die jungen Reality-Stars zu Hause in ihrer Villa in Saint-Tropez. Doch aus den gemütlichen Stunden wurde nichts, weil dieser von mehreren Einbrechern unterbrochen wurde. In ihrem Podcast die Geisens hielten Schneier und Davina den schrecklichen Moment fest und ließen den Abendrevue passieren. Es ist ein Rätsel, wie die Einbrecher auf das Grundstück gelangt sind, zumal für die Villa einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Punkt. Die Tür ist kugelsicher, da kommt keiner rein, erklärte Mama Carmen im Podcast. Punkt. Spezielle Rollläden und Security gibt es ebenfalls. Als Schneier erzählt, dass sie durch die Rollläden in ihrem Zimmer schauen wollte, um zu sehen, ob jemand im Wintergarten ist, fragt Robert. Warum guckst du nicht auf unseren Videokameras? Doch die 20-Jährige hat sofort eine Antwort parat, weil unsere Kameras überhaupt nicht gut platziert sind. Punkt. Nach Einbruch, Robert Geis verstärkt Sicherheitsmaßnahmen, Robert Geis kann den Vorwurf seiner Tochter überhaupt nicht verstehen. Punkt. Aber Schneier fügt hinzu, ich verstehe immer noch nicht, wieso wir keine Kamera hier hinten haben. Der Multimillionär hat sich den Vorwurf zu Herzen genommen. An der Villa sollen jetzt mehr Sicherheitskameras angebracht werden. Er gab seinen Töchtern noch einen guten Rat mit auf den Weg. Falls sie sich noch einmal in so einer Situation befinden, sollen sie den Panikbutton drücken und die Polizei anrufen. Im Podcast macht die Familie einen gefassten Eindruck, doch es wird wohl eine Weile dauern, bis die Geisens den Schockmoment verarbeitet haben. Punkt. Auch sonst ist bei den Reality-Stars immer noch was los. Im August schockte Carmen Geis ihre Fans mit Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Punkt. Auch wenn sie sich nicht mehr als die Geisens 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 Untertitelung des ZDF, 2020